Willkommen in Adelboden, besser gesagt hier auf dem Ängstlichen Alp, genau. Ich habe hier eine richtig fette Überraschung für meine bessere Hälfte. Sie hat das verdient, so Anfang Jahr irgendetwas Spezielles erleben zu dürfen. Ja, habe ich gesagt, ja. Aber als allererstes mal, ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Happy New Year. Je ne l'unis gut l'ausson. Feliz anio nuevo. Ja, aber Französisch mache ich nicht. Tut mir leid, rede ich nicht. Und für jeden Fall, ich nehme euch mit. Wir gehen jetzt richtig dort hoch, hoffentlich. Entweder mit so einer Seilbahn oder mit so einem kleinen. Das stellt sich noch heraus. So, der Kleine dort. Aber die Richtung steht fest und zwar dort oben. Was uns dort erwartet, seht ihr gleich. Also, Frau, ab Marsch! Ich bin jetzt noch ein Wasserfall, hast du gehört? Ja, das kann man. Hier vorne, schau rechts. Das ist cool. Ja, das ist ein geiler Wasserfall. Ja, das ist ein geiler Wasserfall. Ja, das ist ja ein geiler Wasserfall. Ja, das kann man hier aufmachen. Ja, dann ist er ein geiler Wasserfall. Ja, dann ist er ein geiler Wasserfall. Ja. So. Jetzt sind wir auf dem Berg oben. Schaut euch das an. Und hier, speziell nur für mich, meine Bar. Alles aus Eis. So, meine Frau. Nichts für große Leute gedacht. So, ich gebe euch mal eine kleine Raumtour, wo wir hier sind. Wie ihr sehen könnt, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte ein kleines Iglu erwartet für uns. Hier war es ein Gemeinschafts-Iglu. Also ein Riesen-Iglu. Mit mehreren Zimmern. Ich hätte liebend gern so ein draußen im Wald. Ein Iglu. Für uns alleine. Draußen vielleicht ein Hot Tube. Ah, das wäre geil. Aber nicht so zu trotz. Es ist empfehlenswert. Geht da rein. Ein Muss einmal im Leben. Ein Muss einmal im Leben. Gemacht war. Das wäre ja auch schön. Wir nehmen das. Wir sind in einem anderen Zimmer drin. Aber sie liegen die überall etwas gleich aus. Außer das hier hat nur ein Bett. Jetzt zeige ich euch mal den Aufgang. Hier ist ein Community-Gemeinschaftsraum-Platz. Hier im Pfauhtier. Da hat er auch alles aufs Eis gemacht. Schön Dekoration. Mal sehen wie das hier anfühlt. Und hier. Interessant. Und hier im Pfauhtier. Warte. Gehen wir weiter zum Gemeinschaftsraum. Hier. Was ist hier? Traum. Hallo. Von dort. Von dort bin ich gekommen. Und hier geht's zum. Warte. Hier geht's rein. Ohne Karte. Ohne Schlüssel. Ohne gar nichts. Das ist eine andere Erfahrung hier. Warte mal, wenn ich irgendwo weiß, was sie gut kennen. Keine Schlüsselbeule drin. Hier runter. Schön warm. Ab dem Kunstwerk in dich. Dann schauen wir dir der Gast, der hier in Corona kommt. Darfst du es hier verewigen. Ja, der Tisch lügt nie. Also der Tisch lügt nie, ja. Von dem her. Wisst ihr was die? Oh. Schau mal hier. Ich hab einen kleinen Raum gefunden hier. Warte, warte. Ich mach schnell Licht. Was hat das hier? Was gibt das hier? Warte. Eine Vorratskammer. Das war's. Die ganze Show. Das war's. Die ganze Show. Jetzt wieder raus. Die Sonne ist hier weg. Die Sonne ist hier weg. Gehen wir mal runter. Schauen, was es dort gibt. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Dann gibt's Essen. Was es gibt, ist richtig traditionell. Und was es ist, das sieht ihr gleich. Aber wir laufen mal hier herum. Schauen, was es hier gibt. Seht ihr die Häuser hier? Dort auch. Schleckt. Ich denke, da wird, da kommt irgendetwas. Aber seht ihr dort? Dort ist ein bisschen Schnee runtergekommen. Ja. Ja. Das ist da hinten schon eine Stunde. Ja. 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 Das ist das. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020